Wir machen heute die Mammut-Aufgabe in einem einzigen Drehtag, Okay, are we ready to roll? Hallo, hallo, hallo. Wir drehen heute OZA ESC, It's Happening Welcome to Gay Christmas and the Gay Olympics. The Eurovision is in town back again, we do it all in English this time. OZA goes international. Wir machen heute die Mammut-Aufgabe in einem einzigen Drehtag, weil es jetzt nicht anders ausgeht, eine ganze Staffel von einer Produktion zu filmen, die heißt OZA ESC, Ohren zu, Augen auf für den ESC Eurovision Song Contest mit dem Tom und mit Martin. This is Martin. Have we started already? No, it's just for the backstage information. Very slow. I'm marching. It's so exciting and it's the most wonderful time of the year. And then you say, okay, and next up is bla bla bla. So you have to repeat it every time, but we do all of the six in the first round and then we look at the six videos. Okay. Okay. Also wir machen jetzt alle sechs Kugeln aus und dann alle gerne. Die beiden schauen sich alle 40 Beiträge des Eurovision Song Contest an und wählen den wahren Gewinner. Ja. I'm sorry. Saint-Tropez. Das war Diamant, ne? Perfekt. O Ja. Bis zum nächsten Mal.